Musik In dem Stück geht es um einen Kaiser, ein Kaiser von Atlantis, der den Krieg aller gegen alle ausrufen lässt. Also die Spitze des Absurden, wo es gar keine gegnerischen Parteien mehr gibt, sondern wirklich jeder gegen jeden. Und der Tod verweigert sich, seinen Dienst weiter zu verrichten, weil er sich nur noch als kleiner Handwerker des Sterbens sieht in dieser Todesmaschinerie, die vom Kaiser initiiert wird, und quittiert seinen Dienst. Daraufhin können keine Soldaten mehr sterben und tausende Ringen mit dem Leben, um sterben zu können, wie es in dem Stück heißt. Und hinterher erscheint der Tod diesem Kaiser und sagt, er wäre bereit, seinen Dienst wieder aufzunehmen. Wenn du das auch verbringen kannst, als erster den neuen Tod zu leiden. Dieses Stück ist gar nicht aus seinem Kontext, in dem es entstanden ist, rauszudenken, weil es ja halt von Viktor Ullmann im Ghetto Theresienstadt komponiert wurde. Und das natürlich zu sehen ist, dass es auf Hitler, auf diesen Krieg gemünzt zu sein scheint. Das kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Welttheater, was auf jeden Krieg, auf jeden Diktator zu übertragen ist, losgelöst aus dieser konkreten Situation, in der es komponiert und gedichtet worden ist. Wir haben dieses Jahr 19 Musiker, wirklich altersmäßig sehr weit gestreut. Die jüngsten sind zwölf, die ältesten 24. Also die Schere geht wirklich weit auseinander. Und das ist für viele die erste Orchestererfahrung. Andere waren schon öfter dabei oder spielen in anderen Orchestern. Was aber eben das Besondere ist, also es gibt ja viele, relativ viele Sinfonieorchester für Jugendliche, aber es gibt ziemlich wenig im Opernbereich. Was es für junge Menschen einfach nochmal interessanter macht, weil man diese ganze Handlungs- und Bühnen-Ebene dabei hat. Es ist eben nicht nur Musik, sondern eben der Stoff, mit dem man sich auseinandersetzt. Und man ist so eingebunden. Warum wir gerade dieses Stück ausgewählt haben im Fürderschmier-Jugendorchester ist auch, dass es nach der Uraufführung 1975 gab es einige Häuser, die das nachgespielt haben. In den 70er, 80er Jahren wurde ja viel aufgeführt an sogenannter entarteter Kunst oder an verschollen geglaubten oder zwischenzeitlich verschollenen Musikwerken, egal ob Konzertanten oder Opern. Aber einige davon sind sicherlich vor allen Dingen zeithistorisch interessant gewesen, als Dokument der Entstehungsgeschichte. Aber der Kaiser von Atlantis ist eins der Werke, was es auf jeden Fall verdient und verdient hat und sich inzwischen etabliert hat. auch in den Opernspielplänen.